Aha, willkommen zurück zu Let's Play Space Space Startopia. Wir sind immer noch auf unserem Deck hier unterwegs und versuchen natürlich das ein oder andere mit freizuschalten. Jetzt endlich haben wir die Brick für uns. Die werden wir jetzt erstmal mit rausholen und sie dann natürlich oben mit hinbauen. Zehntausend Energie ist nicht besonders viel. Das geht, das können wir uns leisten und wir brauchen ja nicht so viel Platz. Das ist ganz praktisch. Brauche ich hier eigentlich noch irgendwas, was Sauerstoff produziert? Wir haben dort was, dort was. Nö, das geht eigentlich. Vom Sauerstoffgehalt her müsste das ausreichen und dann können wir auch endlich die Aliens einsperren und für immer wegsperren. Na, wieder was. Reisender Doktor im Orbit. Ein Reisender Doktor möchte unsere Leute behandeln, soll er machen. Für 1000 ist das völlig okay. Hier vorne haben wir unsere Station. Ich hoffe, uns greift diesmal keiner an, denn ansonsten haben wir schlechte Karten. Wir haben wieder noch ein bisschen... Einer ihrer Besucher ist verstorben. Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Wo denn das? Ich sehe doch nichts. Ich bin doch blind. Hier unten. Komische Würmer. Aber die sind gleich tot. Bloß explodieren die beim Tod, glaube ich. Ja, schießt sie weiter ab. So ist gut. Die machen sich auch selber K.O. Und das war's. Gott sei Dank haben wir Sicherheitsthron. Mal ganz ehrlich. Einer meiner Besucher ist gestorben. Der wurde wahrscheinlich angeschossen und den hat es dann auch zerlegt. Es tut mir sehr leid. Ich hätte es gerne verhindert. War leider nicht möglich. Wir machen jetzt dieses Shot hier auf. Für 15.000 können dann den Müll einsammeln und gleichzeitig wieder dafür sorgen, dass wir auch hier noch einen Röhrenlift implementieren. Denn den brauchen wir, um die Leute noch besser von oben nach unten zu bringen. Und dann können wir auch irgendwann eine weitere Schleuse bauen. Und wir bauen natürlich noch eine weitere Disco hier hinten mit hin, sodass noch mehr Leute tanzen gehen. Das finde ich gut. Röhrenlift. Bitte schön. Führt auch gleich wieder runter aufs Biodeck. Und wir brauchen die Disco. Zack. So, bestätigen. Dann erstmal die Nachrichten wieder angucken. Mein Gott, haben wir viel zu tun. Ja, ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Angestellte grünes Licht. Aha, für Triaden ist in Ordnung. Zollrechnung. 2000 Energie. Äh, nein. Keine Abgase. Ja, verlassenes Raumschiff. Einfach mal plündern. Gut. Dann ist das auch durch. Hier kommt die nächste Disco hin. Und wir sollten uns so langsam mal um die Forschung kümmern, was das Forschungslabor angeht. Aber da kommen wir noch nicht hin. Dafür müssen wir jetzt erst einmal noch die Sicherheitszentrale und natürlich auch den Mech-Transporter mit reinholen. Ich frage mich gerade, Mech-Transporter haben wir ja schon? Ob das soweit ausreicht? Aber ich glaube ja. Hier stehen sie wieder an und warten darauf, gereinigt zu werden. Keine Sorge. Das geht gleich los. Und wir können auch hier nochmal einen Hydro Clean Pro Master mit dazustellen. Vielleicht gibt es irgendwann sogar noch eine bessere Möglichkeit, unsere Leute, unsere Aliens dann auch zu reinigen. So, dann brauchen wir auch hier nochmal einen Atmosphäre-Filter. Achso. Oh. Und einen Energieverteiler. Den habe ich völlig vergessen. Leckt ganz schön. So, das wäre geschafft. Dann brauchen wir jetzt den Atmosphäre-Filter, bitteschön. Und gerne auch nochmal Müll-Botter. Stellen wir da drunter und dann ist gut. So, was haben wir Schönes bekommen? Äh, Antibiotika-Spray. Motivationsdetonator, Holokristalle, Schmuggelware, Molekularnahrung, verpacktes High-G-Fuzzi-Aufladekapsel und mehrere Sicherheitsdrohnen in einer Crate. Sehr schön. So, geforscht wird gleich weiter. Nein, weiter Müll leben, weiter Müll leben. Alle bieten sich uns an. Das ist sehr nett, aber ich brauche euch nicht. Ich bin jetzt mal froh, wenn hier alles läuft und unsere Fuzzis alles aufgebaut haben. Denn dann können die Leute noch wesentlich besser feiern gehen. Dafür brauchen wir aber noch mehr Fuzzis. Die sind im Moment alle ganz schön beschäftigt. Und mich stört, dass wir so viele Parasiten hier haben. Macht die mal weg. Tod dem Ungeziefer. Oh, vielleicht sollte ich auch mal wieder unsere Leute so ein bisschen aufstufen. Ein paar Beförderungen sind nicht schlecht. Super. So, dann holen wir weitere Zelebrama mit rein ins Boot, die dann die anderen Zelebrama immer wieder ablösen und die Leute können dann hin und her gehen zum Feiern und alles ist gut. Ich denke mal nicht, dass die Arcade überlaufen sein wird oder eben auch der Black Hole Drop. Das ist alles in Ordnung. Das Starcats Café benutzt auch kaum einer. Ist völlig okay. Brauchen wir ebenfalls nichts mit hinbauen. Die Disco wird tatsächlich am meisten gebraucht. Das ist okay. Das ist gut. So, jetzt sind wir wieder unten. Hallöchen Biodeck. Schön, dich zu sehen. Ich nehme dann mal alles mit, was hier noch so rumliegt, damit unsere Fuzzis nicht so überladen sind und nicht so viel zu tun haben. Denn das geht mir tierisch auf den Senkel, dass die nicht mal irgendwas bauen können. Und teilweise sogar schon Waren hier schlecht werden. Weil die gar nicht alles einsammeln. Die sind völlig überfordert. Durch die ganzen Reparaturen, die sie leisten müssen. Durch den ganzen Müll, den sie hin und her transportieren. Das ist natürlich ganz schön doll. Und hier baue ich jetzt auch nochmal irgendwo einen Müllbautam mit hin, damit dann auch hier mehrere Fuzzis unterwegs sind. Ach, da sind eigentlich genug. Hier einer, da zwei. Das reicht eigentlich. So weit müssen sie ja nicht laufen. Gut, der Rest kommt in die Recycling-Station. Und damit haben wir es wieder geschafft. So, forschen. Wir könnten die gehobenen Touristen jetzt schon erforschen. Würden wir 450 Prestige ausgeben. Die Frage ist bloß, ob ich das möchte. Wir sollten dafür die Arcade, den Black Hole Drop, Starcats Café und Lootbox Lotterie betreiben. Das machen wir bereits. Das ist alles in Ordnung. Brauchen wir nicht. Dann weiter ausführen. Muss mal gerade gucken. Der Atmosphärefilter reicht nicht ganz bis hier vorne hin. Wir werden jetzt noch einen Biopod hier mit dazustellen mit einer Pflanze. Biopod. Da ist er. So, dann müssen wir aufs Biodeck selber. Und eine Pflanze mitnehmen. Dankeschön. Nein, ich möchte kein Willen. Wo sind die denn nun schon wieder ankämpfen? Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Schon wieder hier oben. Wir sind den ganzen Tag hier oben bei. Was ist hier los? So, das Grab nehme ich jetzt mal mit. Kann ich nicht mitnehmen? Nee, offensichtlich nicht. Warum nicht? Das muss wahrscheinlich von einem Fuzzi weggetragen werden. Wo auch immer der das hinträgt. Das ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. Könnte mal jemand diese Made hier kaputt machen? Danke. So, okay. Dann haben wir hier die nächste Nachricht. Ein Schiff mit erkrankten Aliens. Nein, die kommen nicht an Bord. Alles ist gut. Wo kommen diese komischen Maden her? Und wie können wir verhindern, dass die andauernd wieder erscheinen? Die kommen erst seit wir das nächste Shot aufgemacht haben. Das ist so fies. Das ist so gemein. Aber ich habe meinen Baum. Alles andere ist mir egal. L.A. So, zack. Dann haben wir auch hier Sauerstoff. Alles ist gut. Da werden noch Leute ins Gefängnis gesperrt. Endlich machen wir das auch. Theoretisch bräuchte ich noch mehr Sicherheitsdrohnen. Dass noch mehr Leute dann auch weggesperrt werden. Das heißt, wir packen die jetzt einfach mal aus. Zumindest die, die wir gefunden haben. In den jeweiligen Raumschiffen. Das Teil wollte ich. Danke. So. Auf geht's. Sucht die Bösewichte. Und parkt sie irgendwo. Ach, da sind noch mehr. Hui. Sehr nice. Vor allem ist dann auch die Abwehr wesentlich größer, wenn 20 Sicherheitsdrohnen auf einmal unterwegs sind. Wollt ihr nichts machen? Könnt ihr nichts machen? Braucht ihr irgendwelche Befehle? Fliegt ihr nicht einfach so durch die Gegend? Macht ihr das nicht? Doch, jetzt. Es hat eine Weile gedauert. Jetzt kennen sie. Wunderbar. Okay. Die anderen sind auch gleich unterwegs. Werden sich darum noch kümmern. Aber wir sind jetzt erstmal soweit durch. Wir müssen nur noch das toxische Material säubern. Wovon wir noch nichts Neues haben. Das ist natürlich schade. Aber deswegen haben wir auf diesem Deck hier, auf dem Fun-Deck, dafür gesorgt, dass wir einen weiteren Energieverteiler haben. Der wird nochmal zusätzliches toxisches Material produzieren, sodass wir die Möglichkeiten haben, hier einiges zu verbessern. Die Eureka fehlen uns weiterhin. Das ist nicht schlimm. Wir nehmen die Zelebramer mal raus, damit wir sehen können, wen wir jetzt als nächstes aufstufen dürfen. Und da sind doch schon wieder einige bereit. Sehr gut. Jede Menge Hingabe von all den Leuten. Das ist hervorragend. So, da kommt hier ein neuer Hydro Clean Pro Master mit dazu. Außerdem könnten wir noch einen weiteren Snack-O-Maten mit dazu stellen. Und Schlafkapsel Hotel. Wir haben eins hier unten irgendwo, ne? Ne, das ist hier hinten. Ja gut, das würde sich hier dann eignen. Okay, und wir auch noch im Strom-Einfluss-Bereich. Alles ist gut. Die Fuzzis bauen es fertig. Und wir gucken jetzt erstmal, ob wir bei Bell vielleicht einen neuen Fuzzi kaufen können. Ja. Für 15.000 ein MK3-Fuzzi. Juhu. Okay. Na denn, viel Spaß. Und wieder haben wir einen weiteren Fuzzi, der für uns arbeiten kann. Juhu. Hier gucken wir nach oben. Wo haben wir die Ladestation? Die ist hier rechts. Das heißt, ich könnte hier links auch nochmal eine Fuzzi-Ladestation mit hinpacken. Und wir haben schon wieder eine neue Nachricht. Sonneneruption. Ja, ist okay. Passt das hier rein? Wahrscheinlich nicht. Ne, ist zu groß. Okay, dann mach das doch mal hier in die Ecke. Ich glaube zwar nicht, dass die hier irgendwo versagen werden. Und wenn, dann können sie auch hier hinlaufen. Aber ist egal, wir haben es. Alles andere ist egal. Gut. Dann werden wir jetzt die gehobenen Touristen erforschen. Und gucken, was als nächstes kommt. Amanda, wir haben es mittlerweile geschafft, die richtige Kategorie freizuschalten. Vermutlich ist dies für eine Kohlenstoff-Lebensform eine akzeptable Leistung. Sie müssen nun noch den Raumhafen freischalten, damit fortan Handelsschiffe an ihrer Startopia-Basis andocken können. Ja, die 5000 gebe ich aus, damit der Inspektor nicht die Recycling-Station lahmlegt. Es befindet sich ein Leviathan-Händler im Orbit. Wenn wir ihn an unseren Raumhafen andocken lassen, kann Handel mit ihm betrieben werden. Können wir nicht. Wir haben keinen Raumhafen. Den haben wir bisher noch nicht gebaut. Aber wir können noch mal bei Val gucken, was es dort Schönes zu kaufen gibt. Vielleicht wieder ein Fuzzi. Nein, aber dafür einen Mechtransporter und eine Fabrik. Beides brauchen wir nicht. Wenn, dann würde ich eher die Forschungsstation nehmen. Zumindest haben wir jetzt die Eureka. Und die Eureka, die kommen jetzt hierher und wollen natürlich ebenfalls feiern. Waren die nicht schon vorher da? Ich glaube ja. Gucken wir ganz kurz auf die gehobenen Touristen, was das freischaltet. Die Bar, Flying Sushi Restaurant, Refreshment Center, Hotel Space Inn und Raumhafen. Wir haben natürlich nur den Raumhafen und das Labor, das Forschungslabor. Das ist alles, was uns zur Verfügung gestellt wird. Und oben schaltet es Frey die Hemnetia. Das ist auch noch mal eine neue Spezies, die sich mehr um Religion kümmert. Und den Sumpf. Den können wir jetzt endgültig als Terrain auch unten im Biodeck festsetzen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder mehr um Medizin kümmern. Das brauchen wir nicht. Wir hatten ja genug Medizin. Alles ist gut. Komma, Hander, wir haben ein Notsignal. Ja, komm, denn Fliechen. Ich nehme jetzt erstmal das ganze Essen hier raus. Das ist mir viel zu viel. Das stopft nur unser ganzes Inventar. Ne, das nicht. Ach, verdammt. Gib mir mal alles mit. Dankeschön. Das packen wir wieder rein. Und der Rest geht in die Recycling-Station. Super. So, nächste Nachrichten. Wieder Abgas. Und ich werde langsam heißer. Ich glaube, das wird halt auch die letzte Mission sein, die wir jetzt heute machen. Danach muss ich erstmal wieder Pause machen. Hier sind noch die restlichen Fuzzis. Ich möchte sie gerne ausbauen. Aber dafür brauchen wir das Forschungslabor und dementsprechend auch mehr Prestige, um es überhaupt erst bauen zu können. 500 Prestige ist nicht gerade wenig. Nein, ich möchte keine Kranken-Aliens an Bord holen. Was ist los mit euch? Well Shop. Den lassen wir mal nebenbei auf. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes. Fuzzi MK2 kaufe ich jetzt einfach mal, weil wir es können. Und das ist sogar ein Forschungslabor. 46.000 brauchen wir dafür. Wenn wir ein bisschen Prestige ausgeben, könnten wir es einfach bauen. Wir brauchen es ja dann nicht erforschen. Wozu? Ja, geil. Dann kaufen wir die Fabrik. Erforschen sie einfach. Sowie die Akkus. So, dann können wir es nämlich im Bell Shop kaufen. Dann brauchen wir keine Forschung durchführen. Dankeschön. So, neuer Fuzzi. Auspacken. Forschungslabor. Ich wollte es ja nicht wieder einpacken. Einmal Y, genau. Und dann auspacken. Wo packen wir es hin? Das ist die Frage. Allzu viel Platz ist nicht mehr. Aber hier geht's. Da kommt dann auch der Roboter, der Mech, noch super durch. Alles ist gut. Ihre Wertungsumfragen sind exzellent, Commander. Oh ja, mit 91 Prozent bin ich sehr zufrieden. Herzlichen Dank dafür an unsere wunderbaren Besucher. So, und dann können wir auch ganz in Ruhe unsere Eureka einstellen. Eine gute Wahl, eine Forschungsstation zu errichten, Commander. Sie sollten diese auch mal besuchen. Vielleicht lernen Sie daraus etwas. Ach, Val, ich liebe dich auch. Eine weitere Krankenstation scheint noch nicht vonnöten zu sein. Es gibt immer noch genügend Leute. Das ist gut. Wir werden fünf Eureka einstellen, die für uns arbeiten. So, dass die sich immer wieder abwechseln können. Und hier ist alles soweit im grünen Bereich. Ja, ich weiß, es wollen noch mehr Leute anlegen. Ich kann gerade nicht. Ich bin erst mal froh, wenn die automatische Forschung dann wenigstens in die Wege geleitet wird. Das werden wir auch gleich mal veranlassen. So, einschalten. Ist oben rechts. Seht ihr es? Automatisches Vertiefen. Global. Und auch bei den einzelnen Gegenständen können wir immer sagen, ob wir es automatisch vertiefen wollen. Dadurch, dass wir jetzt schon mehrere Fuzzis sozusagen in Auftrag gegeben haben, die schon im Labor warten, im Frachtraum warten, werden die automatisch erforscht. Ich hätte gerne ein bisschen Sauerstoff, dass ich die Atmosphärefilter schon mal verbessern kann. Dann haben wir damit mehr Reichweite und dann brauchen wir auch nicht so viele Bäume. Wir müssen auch nicht so viele mehr dazu bauen. Aber Sauerstoff ist im Moment mangelbarer. Entweder haben wir oben noch was oder aber... Sauerstoff geht ganz schön zur Neige. Hm, es geht zur Neige. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht sollte ich das Biodeck noch weiter ausbauen. Oder mehr Dreaden anstellen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wie viele Dreaden haben wir denn jetzt gerade? Für drei Bereiche vier Stück wäre zu wenig. Oh, wir haben tatsächlich nur vier. Nicht gut. Ich sehe gar nicht durch. Dreaden. Die nehmen wir. So, das muss reichen. Jede Menge Dreaden, die jetzt für uns arbeiten. Was ist los? Galaktischer Zollbeamter in Anflug. Jo, jo, jo. Ist okay. Oh, ich habe gar keine Energie mehr. Wo sind meine ganze Energie hin? Ach ja, stimmt. Die haben wir ja fürs Forschungslabor ausgegeben. Und das musste ja auch noch gestartet werden. Aber jetzt sind sie schon bei. Jetzt bearbeiten sie das ein oder andere. Ich denke mal, dass das hier eine Akkufarm ist. Okay, das heißt, die Akkufarm wird jetzt gerade verbessert. Dann werden sie als nächstes auch die Fuzzis erforschen. Dann müssen wir nur noch den galaktischen, intergalaktischen Raumhafen fertig machen. Den können wir jetzt schon mal fertig bauen. Und jedes Mal, wenn die forschen, kriegen wir auch toxisches Material, das wir dann wieder säubern dürfen. So, erforscht ist der Raumhafen schon mal. Zollrechnung ist okay. Kommand R, Ihre Wissenschaftler haben soeben eine Forschung vertieft. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie sich die Vorteile der Forschung gemerkt haben. Doch, doch. Definitiv. Definitiv vertieft. Oh Gott. Einer Ihrer Besucher ist verstorben. Ja, es wird wieder gekämpft. Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Ich weiß, dass die immer gleich auf die Besucher gehen. Das finde ich ja total doof. Zeig mal. Und wieder hier. Genau, mach die mal fertig. Wissenschaftliche Erkenntnis. Ja, die Forschungsdauer kann ruhig hochgehen. Wie Sie wünschen, Commander. Durch den Fokus auf Energie sollten Sie keine Zeit haben, sich noch Gedanken um andere Dinge zu machen. Gut, die Fuzzis sind soweit erforscht. Wir sind bei 92% Zufriedenheit. Und das, obwohl es eben solche Probleme gab. Und wir können jetzt noch mehr toxisches Material verarbeiten. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Sauerstoff kriegen, dann bin ich zufrieden. Wird jetzt das Shot hier öffnen. Für 40.000? Oh, nee, werde ich doch nicht. Okay, es wird aber teurer, je weiter wir wollen. Der intergalaktische Börsenmarkt erleidet aktuell eine Krise. Für die nächsten 5 Minuten sind alle Preise um 50% reduziert. Ein zwielichtiger Händler befindet sich im Orbit und darf auch gerne dort bleiben. Denn ich werde ihn jetzt nicht anlegen lassen, zumal wir nicht mal einen Raumhafen haben. So, und ich sammle jetzt diese ganzen einzelnen Teile hier ein. Das ist viel zu viel. Vor allem Nahrung. Ich will keine Nahrung. Ich will Sauerstoff. Ich glaube, ich werde mal irgendwo Sauerstoff einkaufen. Wir müssen bald den Raumhafen bauen. Aber zuvor will ich noch das ganze gesäuberte Material haben. Schön, dass es so viel forscht. Dann kann ich wenigstens das Zeug hier schon mal mit reinpacken. Hier ist alles voll. Kann ich nicht aus Nahrung irgendwas anderes noch herstellen? Was brauche ich denn für Sushi? Ich glaube, die Sushi-Bar haben wir eh noch nicht. Zwei Nahrungsmittel. Gut, dann machen wir jetzt ganz viel Sushi. Auch wenn wir es nicht brauchen. Einfach bloß, dass es weg ist. Als nächstes möchte ich toxisches Material verarbeiten. Vielleicht kauft uns ja irgendjemand am Raumhafen auch Sushi ab. Dankeschön. Das dauert wieder eine Weile. Aber dann haben wir zumindest sechs von zehn toxischem Material gereinigt. Kommander, Sie haben mittlerweile schon mehr als 20 Waren in der Fabrik produzieren lassen. Ich bin erstaunt, dass das so gut klappt. Gut, tatsächlich müssen Sie das nur in Auftrag geben und selbstverständlich läuft die Maschinerie dann vollständig autonom. Aber diese triviale Auftragsanweisung haben Sie gut hinbekommen. Danke. Wurdest du dazu animiert, anderen Leuten irgendwie ein bisschen was an Komplimenten zu geben? Kann das sein? So, toxisches Material wird weiterhin gereinigt und hier wird weiterhin geforscht, wenn auch nicht ganz so effektiv. Vielleicht sollten wir doch nochmal das ein oder andere in der Fabrik erforschen bzw. bauen, was wir auch wirklich brauchen. Allgemeines und Deko. Bei den Fuzzis sind wir ja soweit durch. Da haben wir ja schon die dritte Stufe fertig gemacht. Subdeck. Da könnten wir jetzt die Atmosphärefilter zwar in Auftrag geben, aber ich habe keinen Sauerstoff. Deswegen kümmern wir uns erst einmal um die Koje, dass die verbessert wird. Dann ist die Bedürfnis Deckung nachher besser. Gut, läuft. Dreimal verbessern. Was bringt uns das? Wir drücken RA und gucken einmal in die Koje an sich. Pro Stufe 10 Bonus Energie für jedes positive Rating durch die Koje. Stufe 4 Haltbarkeitverlust minus 50% und auf Stufe 6 alle Kojen Gimmicks befriedigen ihre Bedürfnisse 25% mehr. Es ist also sehr gut, um die Leute hier oben schon sehr zufriedenzustellen. Fuzzi bringt erstmal die ganzen Sachen weg. Gut so. Ihr habt jetzt viel zu tragen. Hier, noch mehr Sushi. Überall Sushi. Ihr forscht noch nicht weiter. Das liegt auch unter anderem daran, dass wir die Koje noch nicht haben. Aber es wird ja noch weiter produziert. Es wird ja noch weiter getan. Jetzt sind sie gerade beim letzten Sushi-Buy. Ach Gott, haben wir viel zu tun. Gehen wir nochmal aufs Funnel. Ja, das geht mir auch tierisch auf den Senkel. Durch Krankheit. Ja, weil das Vieh den kaputt gemacht hat, oder wie? Hat ihn angesteckt. Die ist doch nicht durch Krankheit gestorben. Oder ist seine Leiche etwa zum Zombie geworden und greift jetzt alle anderen an? Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. So, hier wird gefeiert. Da wird gefeiert. Die Disco wird komplett betrieben. Die Arcade wird kaum genutzt. Der Black Hole Drop ist auch noch relativ frei. Das heißt, eigentlich brauchen wir im Moment nur die Disco. Sammeln noch das ein oder andere ein, was hier so rumliegt. Ach, bei der Lootbox-Lotterie wird auch toxisches Material produziert. Sehr interessant. Gut zu wissen. Super. Gehen wir nochmal aufs Bio-Deck. Gucken mal, ob jetzt wieder Sauerstoff da ist. Das wäre schön. Ja, endlich. Gut, dann kann ich daraus jetzt bessere Atmosphärefilter herstellen. Ich meine, zur Not könnten wir auch einfach noch mehr Bäume oben hin pflanzen und die ganzen Atmosphärefilter mit rausnehmen. Aber das bringt mir nicht so viel. Vielleicht sollte ich mich auch eher um den Biopod kümmern. Denn wenn der erforscht wird, vielleicht kriegen wir daher auch noch was Besseres raus. Noch mehr Sauerstoffgehalt oder sowas, wenn ich mir nicht vorstellen kann. Aber ist egal. So, danke. So, jetzt mal Auftrag geben. Hier wird weiter produziert. Die Maschine, die mal läuft, die macht und tut. Eins, zwei, drei. So, dreimal verbessern. Und den Biopod. Das wäre bei Allgemeines und Deko. Gebe den schon mal in Auftrag. Brauche auch Sauerstoff. Nee, den gebe ich dir noch nicht in Auftrag. Das machen wir dann später, wenn wir die Atmosphärefilter verbessert haben und dort keine Krankheiten mehr entstehen können. Abos. Andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.